Ah, Hi! Das letzte, was ihr von mir gesehen habt, war als ich in Gold 2 1 gegen 1 gespielt hab. Hat sich einiges geändert. Ich bin nämlich jetzt teilweise noch in 1 gegen 1 Gold 2. Und deswegen spielen wir halt auf Platin 2 ein bisschen 2 gegen 2. Solange meine Teammates von 2 Metern das Tor nicht treffen, dann ist alles okay. Warum finde ich eigentlich gerade kein Spiel? Danke, dass wir endlich mal ein Match gefunden haben. So, jetzt schlag ihn gut nach vorne. Ja. Ja. Macht ihr ihn? Oh, gut. Okay. Am meisten hätten den sogar irgendwie nicht gemacht. Aber er hätte ihn sogar richtig gut platziert dazu. Sind halt jetzt... Platin 2, ne? Ja. Das... Kacke. Den hat er aber gut gehalten, muss man sagen. Ah, okay. Also es war dumm von mir, dass ich da einfach durchschloten und guter Angriff gewesen. Den kann ich alles haben. Okay. Guter Kicker von mir. Auch Minus nice. und ja den habe ich gut prediktet würde ich sagen man darf halt nicht vor dem tor passen weil dann kann halt ganz einfach so was passieren hätte es halt nicht gemacht dann hätte ich niemals bekommen so wenn er noch mal so durch das tor passt dann werde ich viel haben und er passt noch mal durch ein tor also ich hatte nur benutzt ja war ein guter pass wieder ein guter kicker von mir ach du heilige da wollte ich nicht hin ich hab den ball selbst reingeschossen natürlich ein bisschen dumm von mir wieder 23 kann man wieder ein guter kicker von mir ich sammle gerade hier nur ein bisschen boost dass falls dem schlag in die mittel kommt dass ich genug boost habe so habe ich ihn ein bisschen abgedrängt wieder ein bisschen abgedrängt und damit habe ich ein tor geschossen hier ja das ist ein tor da weiß ich selbst nicht was ich gemacht habe das kann man nicht sagen okay mein teammate hat ungefähr so die kick auf der e vor paar monaten er macht ja willkommen platin 2 mehr bälle werden vergeben ich habe den abgeschraubt aber er hat auch kein problem damit weil ich glaube der blau hätte den sogar noch ja hätte er auch 4 3 so jetzt sind die in angriffsszenario geben mir viel zu viel platz und zeit und dem ball abzuwehren schon wieder mit sie passen den ball einfach zu mir da kann ich den ball easy treffen das sollte ein schuss werden das war sehr risky und ich weiß nicht wie ich daraus gekommen bin aber bin ich halt und jetzt hier ein flicken winkel flicken kann ich ganz gut wenn ich bewusst habe aber wenn ich halt kein boost flicken das war sogar ein kleiner zu euch gehe hoffentlich jetzt wieder zum kick auf und gewinnt den schon wieder ok ich gewinn all die kriege aufs plötzlich ja was habe ich gesagt vorhin er hat meinen fehler nicht so schlecht aussehen lassen zum glück wieder ein kick auf geworden interessant versuchte den ball irgendwie in die mitte zu machen das geht aber nicht so gut ja es geht nicht so gut was aber nur nice on the arm auf jeden fall wieder ein guter kick auf was ist der los ich habe ein toll geschossen irgendwie ich bin davon ausgegangen dass da gegen fasten geht oder so und das sind jetzt meine tausend punkte in diesem match und einfach zur krönung mache da geht jetzt nicht rein oder ok alles funktioniert gerade meine kick auf bisschen glück mit der latte habe ich falsch mit der latte also kennen was eigentlich passiert und ok ok den hat er gut gesehen fast mit dem spiel war haben deutlich gewonnen das recht im platin und wer da sieht ich bin platin hat gegen zwei liga 2 und wenn ich das nächste match gewinne haben wir dann platin zwei liga 3